Willkommen zum Tutorial 18 Tutorial 18 Was Joko Winterscheidt momentan treibt, weiß ich nicht Ich habe mir gedacht, ich spreche mal, weil es der 18. Das 18. Tutorial bei YouTube Mit der allerneuesten Technik auf der Suche Ja, da müsste was zu finden sein Ja, müsste was zu finden sein Also mit der allerneuesten Technik Auf der Suche nach der Macht Auf der Suche der Macht Also der 18. 12. Schreibt ihn schon mal in den Kalender 2015 erwacht die Macht Ja, da war richtig was los in Florida Nee, nee, in ganz Amerika In ganz Amerika war was los Die Jedi Ritter on Tour, auch die Bösewichter waren auch unterwegs Hier in Deutschland habe ich den Hype nicht so erlebt Auch nicht gesehen, keine Ahnung Ihr Deutschen mögt ihr überhaupt Star Wars Und die gesamten Stars, die dort zu sehen sind Harrison Ford zum Beispiel Chewbacca Ja, oder die anderen Sachen da Ja, wie gesagt Tutorial 18 Ich weiß nicht, was Joko Winterscheidt gerade treibt Zusammenfassung der Tutorials Joko Winterscheidt hat sich vorgestellt Hat von YouPorn gesprochen Hat Wasser daneben gegossen Hat einen Apfel gegessen Und hat sich Ja, ja, genau Hingelegt Musik gehört Zwei Minuten lang Was hat er noch gemacht? Ach ja, er hat was bestellt Dann kam die Bestellung an Ja, und dann hat er den Hubschrauber fliegen lassen Jetzt wisst ihr, was gekommen war Nämlich einen Hubschrauber Ja, ist klar Und was habe ich gemacht? Genau, ich habe das Gegenteil gemacht Ich habe davon erzählt Dass vor 5 Jahren schon so ein Hubschrauber Im Studio geflogen Das Einzige, was daran so toll war Dass das Studio sauber war Wir hatten zwar eine Staubdunge Der Monte von Stromberg Um einer, einer Aber wen stört das? Joko hat so eben wieder 50.000 Klicks Weil er nur einen Hubschrauber hat fliegen lassen Und ich habe 50 Klicks Ah ne, 5 Klicks Entschuldigung Ich habe nur 5 Klicks Weil ich über das Erwachen der Macht gesprochen habe Warum wird es so? Erwachen der Macht Für dich ist das Erwachen der Macht